Heute nehme ich euch mit auf eine Busfahrt von Girona nach Parafrugal. Heute gehe ich auf eine Fahrt von Girona nach Parafrugal. Jetzt sind wir in Girona und wir gehen mit dem Fahrt mit dem Fahrt. Jetzt sind wir in Girona nach Paraflugal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020